Mit einer Größe von 20 Metern war der Megalodon die größte High-Art, die es jemals auf unserem Planeten gab. Und einige Forscher glauben, dass er noch lebt. Was da dran ist, erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt dran. Auf YouTube wimmelt es vor Videos, in denen behauptet wird, dass der Megalodon gesichtet worden sei und dass er womöglich noch in der Tiefsee sein Unwesen treibt. Was ist da dran? Ich kann's direkt mal spoilern. Nichts. Selbst wenn er in der Tiefsee leben würde, würden ab und an doch tote Exemplare angespült werden, wie es ja auch beim Riesen-Kalmar beispielsweise der Fall ist. Außerdem sprechen die bisher entdeckten Fossilien auch dafür, dass Megalodon eher in flachen, küstennahen Gewässern gelebt hat und nicht in der Tiefsee. Zwar haben wir es einem Bruchteil der Ozeane erforscht, auch Haie leben eher in den Gebieten weiter oben, wo auch noch Sonnenlicht hindringt und nicht ganz weit unten in der Tiefsee. Man kann also zusammenfassen, dass es zwar sehr cool wäre, wenn Megalodon noch leben würde, das es aber einfach nicht der Fall ist.